So ein neues Messer zum neuen Jahr von Icon. Steht alles da. Wurde mir sehr einfach zugesandt bei einem Kartonumschlag und in der Plastiktüte das Messer hier. Wurde allerdings mit Nylonscheide angekündigt, kam in eine Kaidek Scheide. Wäre es eigentlich teurer gewesen, aber wir nehmen das dankbar an. Ist ein kleines Messer, 150 Gramm, Klingenlänge genau 12 Zentimeter nach den Angaben und ist sehr angenehm in der Hand. Und wer nur ein Messer braucht und nicht in Wald fällen will, ist damit gut bedient. Ich konnte das für 145 Euro erwerben. Das war der günstigste Preis, den ich gefunden habe. Und ich werde das jetzt dann testen.